Wie ist das mit meinem geistlichen Werdegang? Und im Besonderen mit Visionen, weil die Bücher, die ich schreibe, sind visionäre Bücher zum großen Teil, nicht alle, aber viele. Ja, ich war am Anfang in einer Gemeinde, in der das Übernatürliche eigentlich kein Thema war, sondern eigentlich glaubte man, dieses Übernatürliche und Zeichen und Wunder und Heilungen und so, auch was wir in den Evangelien lesen oder in der Apostelgeschichte. Das ist eigentlich heute nicht mehr. Das ist damals gewesen, zur Zeit der Apostel und dann mit dem Abschluss der Bibel und so, dann wurde das hinfällig und man brauchte das nicht mehr. Das halte ich für verkehrt. Die Kranken brauchen heute, ehrlich gesagt, immer noch Heilung, ganz genauso wie die Kranken damals. Ja, und genau. Und die Dämonen könnten heute immer noch ausgetrieben werden. Das hat sich alles gar nicht geändert. Und für mich war ein Schlüssel, weil ich mich so an Jesus geklammert habe, waren die Worte dann im Missionsbefehl, wo es dann heißt, das sind die Zeichen, die denen folgen, die glauben. In meinem Namen werden sie in anderen Sprachen sprechen. Sie werden die Hände auf die Kranken legen und die werden gesund werden. Sie werden die Dämonen austreiben. Wenn die was Giftiges trinken, wird ihnen nicht schaden. Also da haben wir dieses ganze, viele übernatürliche Zeichen. Und jetzt sagt Jesus, Jesus, das war für mich die Autorität in der Sache, nicht was irgendjemand meint, sondern er sagt, das sind die Zeichen, die denen folgen. Die glauben. Und ich dachte mir, ja, ich behaupte, ich glaube, ich bin ein Gläubiger und meine ganze Gemeinde behauptet, wir sind die Gläubigen. Und ich dachte mir, ja, aber hier steht, das sind die Zeichen, die denen folgen, die glauben. Das war, das hat mich nicht losgelassen. Hat ja immerhin der Chef gesagt. Wie kann man das so übergehen? Und dann auch noch im Zusammenhang mit dem Missionsbefehl, der ja auch für die Gemeinden, in denen ich war, war der Missionsbefehl immer sehr zentral und sehr wichtig. Und ja, da stand es also. Ich kam da drum nicht herum. Und ich habe gesagt, ich werde mich nicht mehr gläubig nennen, so lange, bis mir diese Zeichen folgen. Ich kann noch nicht behaupten, ich wäre gläubig, wenn Jesus sagt, das sind die Zeichen, die dem folgen, die glauben. Wie kann, wenn mir die nicht folgen, ich behaupte, aber ich bin auch ein Gläubiger. Also das war mir irgendwie widersinnig und widersprüchlich. Und dann habe ich natürlich auch sehr, sehr, also schon lange Jahre damit gerungen und gekämpft. Und wie ist denn das wirklich? Und natürlich dann wurde das Thema, die Kraft des Heiligen Geistes natürlich auch dann wichtig, wo Jesus sagt, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen sein wird. Und dann werdet ihr meine Zeugen sein. Hier sagt er, Missionsbefehl, die Zeugen, die, ja, die werden, diese Zeichen werden da ihnen folgen. Und ja, und ich habe gemerkt, das ist im Grunde kein, nicht irgendwie, ja, das ist charismatisch oder das ist ja pfingstlerisch. Ich würde sagen, erst mal ist es biblisch. Ja, also wir brauchen diese Kraft, diese übernatürliche Kraft, um auch in diesen Dingen zu wandeln. Und Jesus selber brauchte die ja auch. Er wurde ja auch, ne, in seiner Taufe kam der Heilige Geist auf ihn und dann hat er seinen Dienst angefangen in der Kraft des Heiligen Geistes. Ja, also wie können wir meinen, wir könnten den Dienst dann auch anders tun? Und das fand ich auch immer sehr widersinnig und dachte, ja, wir senden Missionare hier und dahin. Und dann, ja, aber ohne diese Kraft, ohne diese Zeichen, ohne diese Erweise des Himmels ist es doch sehr eingeschränkt und sehr menschlich, sehr reduziert. Ja, so kam ich da dran. Ich habe mich damit auseinandergesetzt bis aufs Blut und bis zum Gehtnichtmehr und habe auch viele Bücher gelesen, die auch dagegen das alles gesprochen haben. Und alle schienen recht zu haben. Es war also schwierig bis dahin, dass ich wieder Jesus dann selber gefragt habe. Jesus, wie ist denn das mit diesen Zeichen und Wundern und dieser Kraft? Und dann fing Jesus auch wieder selber an mir, mal darüber zu sagen und zu zeigen, wie das ist. Von ihm her. Nicht von unserer ganzen gewachsenen Jahrhunderte alten Theologie her, sondern von ihm selber her. Und Jesus, und da sind sich alle Christen einig, ist derselbe gestern, heute und dann auch noch in Ewigkeit. Also, der hat sich wohl nicht geändert. Und ich nehme an, und die Apostelgeschichte spricht dafür, das gleiche Programm geht genau so weiter. Und genau so muss das sein. So wie er in der Welt war, so sind wir in der Welt. Und in seinem Namen tun wir genau das gleiche wie er. Er ist die Orientierung, er ist das Maß. Der Jünger will sein, sagt die Bibel, ein Jünger will sein wie sein Meister. Und das ist die Orientierung, der Meister. Und Jesus ist der Meister. Und wir wollen genau das so tun und leben wie er. Dann sind wir zufrieden. Dann sind wir zufrieden.